Zwei-Kopf-Sofa Zwei-Kopf-Sofa Wir spielen zusammen. Moin Moin, hier ist das Zwei-Kopf-Sofa. Wir spielen Destiny. Wir sind auf Patrouille und wissen zu leveln, wissen zu pumpen und wissen an Controller zu blasen. Ich könnte mal, ja hier habe ich noch einen Helm mit mir ein bisschen infizieren. Infizieren weiß ich dir, genau. Da habe ich einen komischen Armschutz, den ich wegschmeißen kann. Warum findest du immer so viel? Ja, ist doch nur noch Schrott. Was weiß ich denn damit? 28 gegen 18. Oh, verdammte Axt. Ich habe nur Level 10 Sachen irgendwie jetzt gerade so zusätzlich. Ansonsten habe ich nichts. Und wir müssen wohin? Weiß auch keiner. Ein Impulsgewehr, was schlechter ist als meins. Und noch ein Scharfschützengewehr, der ich sowieso nicht gebrauchen werde. Toll. So ein Blödsinn. Wo ist die Mission? Feinde eliminieren. Wir haben 9% irgendwie eliminiert. Das war diese eine komische Kugel, die ich gerade in der letzten Folge abgeballert habe. Oh, hier ist wieder was Rotes. Heliumspulen, hier so. Oh, was denn? Über dir. Ich glaube, wir haben die Gegner leider alle schon zufrieden. Ach, da steht einer. Oh. Au. Er war tot, bevor sein Schuss mich erreichte. Das ist auch geil. Und dann ist der Schuss so. Boom. Ach, die schießen ja ballistisch. Die witzvolle. Total witzvoll. Ah, hier. Okay. So, der eine Gegner waren jetzt nochmal 9%. Also so viele Gegner können es gar nicht sein. Bei einem Gegner bringt 9%. Ich sehe noch einen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn genau gesehen. Ich sehe es auch hier. Hä? Immer weiter nach oben im Prinzip glaube ich. Ich höre einen, aber ich sehe ihn nicht. Ist jetzt irgendwie hinter mir? Da. Das ist ja gleich die Area, wo wir vorhin waren. Ja, ja, ich habe da auch irgendwas gesehen. Aber... Ach, Leute. Komm ich mal. Klack. Die spawnen hier lustig vor sich hin. Das würde ich auch noch nicht mal können. Bei Hause spawnen. Hier liegt ein Akkuschrauber rum. Einen Arbeiter liegt hier auch noch rum. Fauler Sack. Ah ne, der ist tot. Verdammt. Ein fauler Sack. 33%? Ich wurde beschossen. Ja, hier ist ein Rausche. Genau, bei dir. AU! Hilfe! Die Rausche sind böse. Äh, hier ist irgendwas dickes abgesetzt worden. Aua. Was grunzt mich denn da immer an? Nach da unten. Ja, so ein dicker was. Ein großer Käpt'n. Ich sage Kate, dass alles erledigt ist. Okay, ist er denn abgeschlossen? Ist der Typ jetzt weg? Ne. Ist er weg? Ne. Wie ist der Hülle? Wer schießt da? Ach, der fehlt gar nicht. Was ist denn das? Man, ich kann da durch nicht. Hier oben ist noch ein Käpt'n zum Beispiel. Aber ich kann nicht da durchschießen. Das ist ja auch geil. Mein Super geht mir nicht. Ey, das ist so geil. Sowas mag ich ja. So, du gehst in die Hülle. Mit, stehst du drin. Hu! Käpt'n. Käpt'n. Mein Käpt'n. Ey, sobald ich ihm Headshot gebe, haut er wieder ab, der blöde Seite. Ja. Ja. Unter mir. Aber ich habe sein Schild gerade weg und sein roter Balken wird weniger. Ja. Ja. Sie spawnen ja ohne Ende. Hab ihn. So. Haben wir noch eine Mission gefunden? Ja, ich habe zwei Punkte. Du hast eine Mission gefunden. 140 Meter und die andere drei sogar. 130 Meter und die andere ist 50 Meter. Oder ich hier vorne. Ich habe das gerade wieder geflogen. Ja, ja. Ja, ja. Sehr gut. Orbital Scans zeigen in diesem Gebiet interessante Relikte. Wir bezahlen für Geistanalysen. Und du? Und du? Ja, so. Pfeifen. Hallo, wie viel Platz? Du wärst ja nur Meubel, ne? Ja. Und du wärst ja nur Meubel, ne? Ja. Ja. Ich hab' ich geschossen. Ist er gelähmt oder was? Kann er nicht auf mich schießen. Der war's auch nicht, was... so gut für ihn ist, oder? So. Weiter. Ich wär' schon längst weiter gewesen, wenn du nicht angehalten wärst. Ja. Ich kann doch nicht mitten. und dann durch die Gegner fahren und sie dann einfach da so stehen lassen. Die sind worden also so zwei Sekunden später, die aber... Es hat gedwitscht. Ja, das ist so, das Ding zu lenken und dann so irgendwie so... Ich bin, ich bin... Nein, nein, nein! Ups, der Gegner. Lach du ruhig. Das ist mir ja auch schon passiert, deswegen... Du bist doch schon wieder aus, wisst du? Ja. Wir sind aber in der falschen Richtung hier, ne? Nee, prinzipiell nicht. Wir haben's nur um die Ecke. Irgendwie. Da oben. Da oben ist das irgendwo. Nicht hier oben, oder? Umgebungsscan stand bei mir. Ich mach das einmal mal. Fast wieder runtergeputzelt. Der schießt ja hier. Ist das oben? Fertig. Okay, ich hab's. Okay. Oh, hier ist noch eine Hülle. Und da leuchtet was drin. Ist gut, dass man die so aufstellt, dass man die dann gleich sieht, dass die... von der Ferne sehen kann. Aber außer dieser Heliumflamente... Ich hoffe, wir brauchen mal echt ohne Ende nachher. Fangen wir immer was anderes in Kisten finden. So, was hat das komische Ding hier? 100 Meter. Welches komische Ding? Ach da. Boah, ich kann dieses Fliegen hier gleiten. Entweder will ich wie Superman fliegen können, oder vernünftig fahren. Aber noch nicht so Müll. Runter. Das ist was gefunden. An alle Hüter. Wir brauchen Informationen zu diesem Gebiet. Übertragung folgt. Ähm. Okay. Die haben sich alle in einer Reihe aufgereiht gehabt und die sind sich abschlagten. Das ist doch klasse. Hinz? Ja. So, wir müssen da hinten irgendwie rein, oder? Ich verkomme jetzt noch mal kurz mal in die Höhle hier noch rein. Da ist noch nichts. Und diese Richtung hier. Aua. Da ist nix in der Höhle? Ne. Ich bin schon mal ein Gegner. Ich hatte auch schon welche, die aber... Ich bin jetzt schon in der Höhle, da habe ich wo wir hin müssen. Ah. Ich bin aber durchgefahren, ich habe keinen Bock gehabt. Sooo. Ich glaube, ich bin nicht richtig hier, ne? Was ist denn hier? Oh, Jungspuren. Krass. Ich habe hier Jungspuren gefunden. Super Geschick. Äh. Okay, ich bin irgendwie falsch, glaube ich. Sag danke, du sag. Achso, das ist ein Typ von uns, oder? Äh, nicht... Ja, also... Wir haben noch mal einen Meter vor uns. Du bist falsch. Ja, bist du. Wenn du diese Hütte hier meint hast, bist du falsch. Ja, ich bin auch mal reingefahren. Aber ich fahre nochmal in die Höhle rein und sehe... ich sehe nichts. Huiii. Huiiiii. 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 Oh, fuck ab, kommt! Fuck ab, Mann. Der sah gut aus. Ja, der war zu kurz gedacht, glaube ich. Ich kann ihn wieder benehmen. Cool. Der war echt zu kurz. Es geht nur der Große hier, der Kleine geht da nicht. So geht das. Ja, aber der Kleine an Lauf da ging nicht mal hier. Da bin ich aufkackt, gell? Klar, die Ecke ist das, okay. Vorbeigefahren. Los. Alter. Scharfschützen. Die gehen mir auch immer um den Sack hier. Bei der Ecke? Das ist gar kein Gegner. Was? Warum kriege ich denn was die ganze Zeit auf den Sack, wenn du keine Gegner siehst? Den konzentrieren sich irgendwie an auf dich. Da ist ein Gelber da ganz hinten. Oh. 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 Wie siehst du den? Na, der immer die Sniper dann macht. Ich seh das jetzt. Ach, der hilft. Ach, das ist wieder der Typ. Okay. So, weg ist er. Mann ey. Ich dachte, wir müssen da so. Ja, wenn du mithalten willst schon, ja. Scheiße. So. Und hier müssen wir hin, hast du gesagt? Ja. Ne, noch weiter hinten müssen wir. Ja, da hinten, ja. Ich hörst es friemeln, oder? Du hörst es friemeln? Ich... Hä? Tja, komischerweise, wenn ich einen Raum betrete, ist niemals eine Kiste drin. Du betrittst einen Raum, dann ist eine Kiste drin. Dann lass mich doch einen Raum betreten. Überleg ein paar. Hast du was gefunden, gemacht? Ich stehe genau da, wo ich stehen soll, aber irgendwie... Was ist das hier? Oh, mein eigenes Schild geht dabei kaputt. Was zu beweisen wäre. Kannst du hier was friemeln? Hä? Du schließt da genauer vor und denkst... Basis erkunden, ich glaube, wir müssen irgendwie rein. Ist da unten irgendwo ein Eingang? Der Punkt ist doch genau da. 4 Prozent, halt. Hier hast du irgendwas hingekriegt, ne? Aha. Jetzt geht's hoch. Wenn ich hier hochfliege? 30, 42, 50... Werden wir mich oder dich? Bom. Okay, der Turm weiß Bescheid. Geht's wohl. Äh, ja. Und... Noch einer. Und... 100 Meter. Nicht weit weg. Ich glaube, ich spinne, ey. Da ist er. Und Gegner. War wach. Nö, alles gut. So, noch einer. Zack. Wir brauchen eure Hilfe, Hüter. Der tote Orbit braucht Bergungsgut von hier. Details sind für euren Geist verschlüsselt. Das heißt was? Ja. Dein Geist hat's nicht gelesen, aber wir haben trotzdem eine tolle Geschichte für dich, oder was? Hä? Ich sehe wieder nichts. Ey, Mann. Wo ist der Punkt? Wo siehst du den? Der ist weg. Hä? Durchsuche tote Schar. Achso, einfach killen. Warte, ich muss jetzt mal ein dunkler Untergrund finden. Durchsuche tote Schar nach Schalen splittern, die du von ihren grotessten Rüstungen abschälen kannst. Schäl, schäl. Also, Gegners killen. Ich glaube, du mein Schälmesser nicht mit. Geht leider nicht. Das waren wir hier eigentlich schon. Das sieht ja auch ganz cool aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe immer Angst, dass wenn wir ein Gebiet suchen, das wir noch nicht vorher angeguckt haben, dass wir aber auch das auf die Fresse gehen von so einem Dreifach-Frage-Zeichen. Oh, die Drei-Frage-Zeichen. Oh, die Drei-Frage-Zeichen. Oh, das ist ein Gelber. Ui, da muss ich mal kurz hin. Ja, wenn die Drei-Frage-Zeichen... Guck mal, da. Das leuchtet doch. Ja, das holen wir es einfach ab. Wie kommt man da denn hin? Da guckst du, ne? So, mach ein Upgrade. Ich falle. Ich falle. Ich falle. Ich komme da nicht drauf. Ich bin hier nicht. Was ist das? Was ist das? Nein, aber dieses Gleiten ist echt nicht so meins. Hier ist eine Invisible Wall. Ich komme da nicht weiter. Hast du versucht, da weiterzukommen? Ja. Wo ist denn das? Weil das leuchtet da, aber egal. Egal. So, hast du Gegner gefunden? Wo bist du da hinten? Meinst du das? Nee, das ist nur Grafik. Was? Du bist ganz woanders. Echt? Ja, ich weiß nicht mal wo du jetzt bist, um ehrlich zu sein. Such mich doch. Oh, hier ist eine Höhle. Cool. Ja, sagst du mal wo du bist? Oh, Kiste. Sagst du mal wo du bist? Nein, nein, nein. Lauf zurück, lass zurück, lass zurück. Da, siehst du wieder. Ah, jetzt. Ey, so lange du. Hier auf dem Altar der Göttlichen. Da bin ich. Aha. Und 10% haben wir auch schon geschafft. Guck mal, wo war die Truhe? Wo war die Kiste? Du hast das hier im falschen Höhle wahrscheinlich, oder? Die Höhle ist weg, die Kiste ist weg. Du hast recht. Toll. Danke. Hey, hast du weggefressen? Hm. Da läuft wieder irgendwie ein Level irgendwas hoch. Wir müssen noch ein paar Redner quälen, oder? Ist ja schon klar. Das ist doch nicht wahr. Gibt es hier zwei Höhlen? Die und eine andere? Oh, hier liegt noch. Hier ist noch einer. Aber die ist nicht echt. Geht hier um Spurlinie wieder rum. Toll. Wo? Da, wo ich leuchte. Sobald du dich aufgemacht hast, hat man wahrscheinlich nur so und so viel Zeit, um die Kiste abzuholen. Das würde ich jetzt auch mal sagen, ja. Also merke, warte. Und wieder. Vernünftige oder Arschige? Du bist ja sowieso empfehlen, oder? Davos. Ach, bist du das? Nein. Ich sehe anders aus. Natürlich bist du das. Ich sehe anders aus. Ich sehe zwei Höhlen, ja. Ich renne dir hinterher, weil wenn du eine Höhle besichtigst, ist da immer eine Kiste. Also brauche ich alleine in eine Höhle gar nicht erst rein. Ganz recht. Jo, wenn wir die Höhle da durch haben. Wie ist man denn jetzt? Na, vorbeigeflogen. Nein, zu hoch. Da sind wieder Heliospulen, kann man gleich mal gucken. So, und ausmachen. Mach schnell, das ist schon... Ey! Das ist bestimmt ein Auffahrgebiet von Gegnern hier. Ich würde mich hier nicht in die Stelle. Okay. Okay. So. Schluss jetzt. Oh, 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 oh. Ansonsten habe ich auch nicht viel gefunden oder gesammelt oder irgendwas gemacht. Ich bin nackt. Ich schmeiße Sachen weg hier. Ich bin fast nackt. Oh, 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 oh. So weit, das ist Frieden. So, alle Folgen von Destiny findet ihr hier auf dieser Seite. Also alle Folgen von uns, von Destiny. Ja. Klugschüss des Tages. Und alle Abos, kriegt ihr hier, kriegt ihr alles mit. Super Sache. Tschüss. Courtesue. β